Heute kommen wir zu 50 Tipps und Tricks in Anno 1800. Und zwar machen wir das zur Feier des 50. Videos der Tipps und Tricks am Sonntag. Das heißt, wir machen das Ganze mittlerweile schon fast ein Jahr, was ziemlich krass ist. Wir haben zusammen im Stream Tipps und Tricks zusammengetragen. Das heißt, das ist nicht nur alles von mir, das ist auch aus der kompletten Community, die im Stream dabei waren, mittwochs immer ab 20.30 Uhr. Nochmal vielen lieben Dank an alle, die da waren und mitgearbeitet haben. Es haben natürlich nicht alle Tipps ins Video geschafft. Wir hatten deutlich über 60. Ich musste ein bisschen kürzen. Von daher wundert euch nicht, wenn vielleicht auch ein, zwei Tipps fehlen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Schreibt mir einfach mal jetzt schon, beziehungsweise dann, wenn die Tipps kommen, in die Kommentare, was ihr schon kanntet, was ihr vielleicht noch nicht kanntet. Oder wenn ihr auch einfach noch einen Tipp für die Community habt, schreibt den einfach mal in die Kommentare. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Holt euch eine Spezi oder sonst irgendwas. Genießt die Dreiviertelstunde Anno-Tipps- und Tricks-Content. Und ja, ganz viel Spaß. Jetzt geht's los. Moin Moin Leute, ich bin Ole von dem Flachmarkt Daxen. Und nochmal ganz herzlich willkommen jetzt zu den 50 Tipps in Anno 1800. Und wir fangen mal ganz einfach oder ganz am Anfang des Spiels mit den Basics an. Wenn ihr schneller vorankommen wollt am Anfang, dann nehmt euch eins eurer Schiffe, ob es jetzt hier so ein kleiner Schoner oder euer Flachschiff ist, vollkommen egal. Fahrt zu Sir Archibald Blake und kauft Bretter. Denn die sind am Anfang der limitierende Faktor. Am Anfang Bretter bauen, braucht ihr viele. Bretter kaufen, immer gut. Als zweiter Tipp, wenn ihr dann eure ersten Bewohner hier habt, ja, eure Produktion läuft noch nicht, beziehungsweise eure Produktion läuft jetzt gleich an, ihr baut eure ersten Bauern, dann könnt ihr am Anfang, solange ihr noch nicht die Polizeistation freigestellt habt, das seht ihr dann bei Arbeit dann später, könnt ihr hier oben auf die Arbeitskraft klicken und dieses Arbeitspensum immer hochschrauben. Denn, solange ihr keine Polizeistation habt, könnt ihr auch keine Aufstände kriegen. Das heißt, Tipp 2, am Anfang, solange die Polizeistationen noch nicht freigeschaltet sind, auf jeden Fall die Produktion erhöhen. Der nächste Tipp, also Tipp Nummer 3, betrifft euch dann, sobald ihr bei den Arbeitern angekommen seid. Und zwar habt ihr bei den Arbeitern dann später noch mehr Baumaterialien, ihr habt die Ziegelsteine, aber zum anderen habt ihr auch Stahlträger. Und das Interessante bei Stahlträgern ist, dass es sich gerade am Anfang finanziell eher lohnt, Stahlträger einzukaufen. Das heißt, die Kosten für eine eingekaufte Tonne Stahlträger sind geringer als für eine produzierte. Ihr könnt sie zwar auch normalerweise produzieren, aber ich rate euch, sobald ihr bei den Arbeitern angekommen seid, klickt auf euer Konto, klickt auf die Stahlträger und klickt hier ganz rechts auf Kaufen und zieht diesen Regler ganz nach oben. Dann fangt ihr nämlich an, Stahlträger einzukaufen, denn die braucht ihr später auf jeden Fall und ist es, wie gesagt, am Anfang günstiger. Als nächsten Tipp, beziehungsweise als nächste Klarstellung, gucken wir uns einmal ganz kurz den Unterschied zwischen Bedürfnissen und Zufriedenheit an. Das heißt, wenn ihr euer Wohnhaus anklickt, habt ihr einmal Bedürfnisse und einmal Zufriedenheit. Ganz kurz, Bedürfnisse benötigt ihr für mehr Einwohner. Das heißt, ihr müsst die komplett erfüllen. Alles, was hier auf der Bedürfnisse steht, damit die Häuser aufsteigen können und jedes einzelne bringt euch mehr Leute und manche auch mehr Geld. Die öffentlichen Gebäude meist nicht, die waren schon. Und die Zufriedenheit müsst ihr theoretisch überhaupt nicht versorgen. Das Ding ist aber, die Zufriedenheit ist deshalb relevant, weil sie euch Geld und Zufriedenheit bringt, logischerweise. Und unzufriedene Bürger zetteln zum Beispiel viel, viel häufiger Aufstände an. Das ist natürlich sehr, sehr nervig und deshalb können sich alleine davor schon die Luxusgüter lohnen für die Zufriedenheit. Wofür die aber gerade besonders gut sind, ist, dass sie euch mehr Geld liefern. Wenn ihr eure Bewohner voll versorgt, könnt ihr damit viel, viel, viel mehr Geld rausholen. Gerade so ab den Arbeitern beziehungsweise Handwerkern mit Bier und Rum kriegt ihr wirklich extrem viel Kohle. Und deshalb ist wirklich wichtig, dass man bedenkt, Bedürfnisse sind wichtig, ja. Aber wenn ihr Geld braucht, erfüllt auch die Zufriedenheit. Der nächste Tipp bezieht sich grundsätzlich auf Katastrophengefahren. Wir haben jetzt nur als Beispiel hier mal meine Weberei. Das funktioniert übrigens für alle Gebäude. Ich zeige es jetzt aber in dem einmal exemplarisch. Die Weberei hat eine geringe Brandwahrscheinlichkeit. Wenn ich jetzt eine Feuerwache daneben setze, die logischerweise Brände löscht, dann sinkt die Brandwahrscheinlichkeit. Wir sehen hier auch, Brandwahrscheinlichkeit keine, wegen der Feuerwache. Das heißt, ihr könnt ganz gezielt von einzelnen Gebäuden damit auch mehrfach die Brandwahrscheinlichkeit oder die Ausstandswahrscheinlichkeit senken. Das Ganze funktioniert in einem Umkreis von, sag ich mal, sechs Feldern. Das heißt, alles, was innerhalb von diesen sechs Feldern hier steht, das sind sieben, senkt die Gefahr. Das heißt, die Feuerwache hier zählt auch noch mit. Wenn hier außen noch eine dran kommt, dann nicht mehr. Das Ganze ist besonders praktisch, wenn ihr später Minen baut, denn Minen explodieren sehr, sehr gerne und da habt ihr dann einfach die Möglichkeit, da das zu senken. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit Polizeistationen und auch Krankenhäusern. Der nächste Tipp, nämlich Tipp Nummer sechs, ist dann, dass wir die Zeitung nutzen müssen. Ich habe sie jetzt hier gerade noch nicht, sie ploppt jetzt gerade noch nicht auf, aber grundsätzlich nutzt die Zeitung. Den Einfluss, den ihr da rein investiert, kriegt ihr wieder und ihr kennt euch sowas von wie, wie mehr Geld, weniger Waren, die verbraucht werden. Gerade im Endgame sehr, sehr praktisch, wenn man alle drei Artikel nimmt, die den Warenverbrauch senken und deshalb nutzt die Zeitung. Ihr könnt natürlich auch sagen, okay, ich spiele ohne, ich mag das nicht oder sonst was auch immer, aber wenn ihr es euch ein bisschen leichter macht, wollt selbst, weil auch später die Warenanzahl sehr hoch wird, die gefragt wird, nutzt die Zeitung. Das hilft euch enorm. Als nächstes, ab Tipp sieben, kümmern wir uns ein bisschen um das ganze Geld-Thema, denn am Anfang ist es dann in Anno doch mal so, dass das Geld ein bisschen knapp wird. Wenn ihr das DLC-Versunkene Schätze habt, also Crown Falls, beziehungsweise das ganze Ding heißt ja Capture Lonnie und ihr kommt hier an und ihr habt vielleicht auch noch nicht die Zeit hier zu bauen oder was auch immer und ihr seid noch in der alten Welt beschäftigt, macht folgendes, baut ein Kontor auf Crown Falls, schifft mit einem Schiff, alles rüber, was ihr für einen Besucherhafen braucht und baut einen Besucherhafen. Hat den Grund, der Besucherhafen, bringt euch Besucher logischerweise und Crown Falls hat einfach dadurch, dass es so groß ist, eine gewisse Grundattraktivität von 842, dass ihr damit genug Besucher anlockt, dass sich der Hafen an sich schon wieder rechnet. Das heißt, wir kriegen nur über diesen Besucherhafen das Kontor, die generieren zusammen 1400 Bilanz. Das ist nicht die Welt, ihr werdet damit nicht unfassbar reich, aber es ist halt gratis. Also ihr nehmt einfach gratis Geld mit und es ist super easy zu machen. Als achten Tipp, und das funktioniert ab Arbeitern, nämlich wenn ihr die Werft freischaltet, ist, dass ihr Schiffe baut. Das heißt, wir bauen Schiffe, zum Beispiel Schoner oder Kanonenboote, Clipper, es funktioniert alles und ihr verkauft die. Das heißt, wir bauen jetzt hier einen Schoner. Wenn ihr ganz verrückt seid, nehmt ihr auch den Sammelpunkt und setzt den da schon hin. Nicht wundern, ich skippe so ein bisschen zwischen den Spielständen, weil ich ja verschiedene Spielstände für verschiedene Tipps habe. im Prinzip von der Stufe setzt den Sammelpunkt hier. Was jetzt passiert ist, die Schiffe fahren ja automatisch hin. Und das Schöne ist, ihr könnt bei Archibald Blake eure Schiffe verkaufen und es lohnt sich, die Waren zu produzieren, für die Schiffe, die Schiffe zu bauen und bei Archibald Blake wieder zu verkaufen. Das Verkaufen ist relativ easy. Ich zeige das gleich mal, wenn mein Schiff hier dann mal angekommen ist, beziehungsweise ich kann es auch einfach zeigen, indem ich, ach ich habe nicht genug. Achso, wir können das Schiff hier mal kaufen, dann zeige ich es euch gleich. Hier oben ist ein Schiff verkaufen Knopf, da klickt ihr drauf. Archibald Blake bietet euch Geld dafür und ihr könnt das Ganze verkaufen. Und so könnt ihr easy Geld mitnehmen. Ein weiterer, sehr praktischer Weg und damit Tipp Nummer 9 schon ist, dass ihr Seife produziert. Ich habe mal ein komplettes Video dazu gemacht, checkt das gerne mal ab. Ich verzichte jetzt hier darauf, Videos zu verlinken, weil ich zu vielen Sachen auch schon Videos gemacht habe, wo es ganz ausführlicher berichtet wird. Und das sprengt einfach den Rahmen. So viele Sachen kann ich markieren. Ihr könnt relativ easy Seife produzieren. Ihr könnt dafür auch, na, das ist die Siederei. Ihr könnt auch noch ein zusätzliches Item dafür nehmen, nämlich die Parfümerin Brunella. Dann braucht ihr statt Teig Holz. Aber wie gesagt, ich erkläre das alles detaillierter in dem Video-Check. Findet ihr ganz einfach auf meinem Channel. Ihr könnt Seife sehr, sehr günstig produzieren. Und der gute Eli Bleakworth zahlt euch extrem viel Geld für die Seife. Das heißt, ihr produziert einfach Seife auf eurer Hauptinsel, geht hier auf Handelsroute von eurer Handelsroute von eurer Insel auf Archibald Blakes Insel, äh, auf Eli Bleakworth Insel, ladet hier Seife ein, Seife aus, macht nicht den Fehler wie ich, packt erst ein Schiff rein und dann könnt ihr einfach mit Shift und Linksklick kompletter Schiff füllen und dann verkauft ihr einfach hier oben Seife und ihr macht damit verdammt viel Geld. Der nächste Tipp ist so ein bisschen, ja, ich hab ihn ganz stumpf Tipp Nummer 10 viel hilft viel genannt, denn, viel hilft viel, in der Anno. In der Anno 1800 müsst ihr viele Einwohner bauen. Also ihr müsst es nicht, aber es rechnet sich. Ähm, wenn ihr viele, viele Einwohner baut, könnt ihr mehr Geld verdienen. Ihr braucht eh viele Arbeitskräfte und baut ihr größere Städte, verdient ihr mehr Geld. Das Schöne ist, ihr könnt in Anno 1800 mit diesem Kopiertool einfach solche Blöcke kopieren und dann könnt ihr die hier hinten nach Belieben immer wieder dranhauen, so zum Beispiel. Und so baut ihr wirklich sehr, sehr zügig große Städte und verdient halt auch entsprechend mehr Geld. Also Tipp Nummer 10, baut viel. Der letzte Trick fürs Geld und damit Tipp Nummer 11 ist, dass ihr, und dafür braucht ihr ein bisschen mehr Startkapital, sage ich mal, aber es funktioniert grundsätzlich auch mit weniger Geld und ihr müsst im grundsätzlichen Stadtverlauf ein bisschen weiter fortgeschritten sein. Ihr könnt bei Archibald Blake Taschenuhren und Fotografen für 8.000 und für 27.000 einkaufen und bei Ketema für 44.000 und für 13.000 verkaufen. Das ist natürlich super praktisch, weil wir können einfach eine Route einrichten. Route einrichten, Handelsroute von Ich kann ihn jetzt gerade leider nicht anklicken. Naja, auf jeden Fall von Archibald Blake, wenn ihr ihn dann mal angeklickt kriegt, weil nicht 1.000 Schiffe da davor schwimmen. Rüber nach N-Besa zu Taborim. Jetzt kauft ihr hier einfach Fotografen dreimal ein und dreimal Taschenuhren, denn 150 Tonnen könnt ihr maximal lagern. Und das Ganze laden wir dann hier einfach aus. Ihr packt ein Schiff drauf, welches auch immer und gut ist. Da gibt es dann noch Items, die sich theoretisch euren Profit, sage ich mal, erhöhen können. Zum Beispiel, wo ist sie jetzt? Lala Mazing, Verfechterin des freien Marktes. Ich gehe jetzt nicht weiter groß darauf ein, wie man die Items kriegt. Die kriegt ihr einfach über Besucherhilfen. Zum Beispiel genauso wie Hans Eichendorff, denn die senken die Handelspreise. Das heißt, ihr müsst weniger bezahlen für den Wareneinkauf und macht auf der anderen Seite mehr Geld. Wo wir gerade von Items sprechen. Tipp Nummer 12. Nutzt Items. Es ist am Anfang ein bisschen unübersichtlich, aber ich habe mittlerweile zu jeder Produktion, außer zu den Spielwaren, da kommt ein Mittwochenvideo, Videos zu den Items und Items helfen euch einfach weiter. Items sind extrem stark in der Annochen 100. Ihr habt aber auch sehr leichten Zugang zu ihnen, auch zu einigen sehr guten Items, sehr, sehr leichten Zugang und ihr könnt damit euer Spiel deutlich angenehmer gestalten, weil ihr auch mal Waren spart, weil ihr auch mal die Arbeitskräfte senkt oder sonst irgendwas. Wo wir gerade von den Arbeitskräften reden. Es gibt eine Itemkombination, mit der ihr die Arbeitskräfte quasi immer auf Null bringt. Und zwar, ich nehme jetzt einfach mal dafür ein stinknormales Produktionsgebäude. Wir hatten vorhin die Siederei. Ihr könnt immer die extrem laute Glocke nehmen, die ihr über das Forschungsinstitut kriegt. Ihr könnt aber zum Beispiel auch alternativ den Human Encarnateur nehmen. Den könnt ihr einfach bei alten Natecraften. Wie er an Schrott kommt, kümmern wir uns gleich noch drum. Feras Al-Sarami könnt ihr kaufen, einfach minus 10%. Und wenn ihr dann noch eine innovative Druckerpresse dazu nehmt mit dem Feras Al-Sarami und einem von den beiden, die ihr übrigens vom Hugo de Maizière kriegt, wenn ihr den habt, oder über das Forschungsinstitut, dann kommt ihr, egal bei welcher Produktion, immer auf Null Arbeitskräfte. Und das ist natürlich super, super praktisch, weil dann könnt ihr eure Arbeitskräfte für was anderes verwenden, beziehungsweise könnt ihr einfach mehr Produktion bauen. Das heißt, diese drei Items, beziehungsweise vier sind es, weil die beiden kann man gut ersetzen, gegeneinander gehen, immer. Ich zeige euch jetzt einfach, das war übrigens Tipp, drei Zellen, einfach ein, zwei Items, die euch immer ganz gut helfen. Es gibt noch ganz viele andere Items und man kann darüber auch ein ganzes Video machen, aber ich zeige euch jetzt nur einige, ja, ich sage mal eine Auswahl. Da haben wir zum einen Mr. Garrick, den Gründer des Tycoon Clubs. Den könnt ihr auch ganz einfach kaufen bei Ida Bliquat. Der liefert euch für jedes Einwohnerhaus, wo ihr ein Bankhaus angeschlossen habt, Taschen und Schmuck. Taschen und Schmuck sind Luxusgüter, haben wir ja vorhin schon kurz behandelt und damit kriegt ihr extrem viel Geld. Das ist gut. Dann haben wir Dario, den Maschinenbauer. Dario, der Maschinenbauer, ist deshalb super, warum auch immer ich ihn jetzt hier nicht finde, ach, weil er kein Handelskammerantem ist, weil er bei Hochradwerken und Nähmaschinenfabriken dafür sorgt, dass wir statt Stahl Eisen brauchen und extra Waren bekommen. Das heißt, wenn wir Produktion nochmal haben, kriegen wir jetzt hier bei jedem achten Arbeitsschritt extra Waren. Auch darauf kommen wir gleich nochmal zurück, auch auf Dario. übrigens. Dann gibt es den Trick, dass ihr, das ist jetzt kein Item konkret, aber das ist ein grundsätzlicher Item-Trick, diese Bücher hier bei Archivite Black, die sehen alle gleich aus. Die haben aber feste Preise. Das heißt, das gleiche Buch kostet immer exakt genau den gleichen Preis. Das ist super praktisch, weil wir zum Beispiel auch so ein, ich suche es jetzt einfach, bevor ich hier blätter, das päpstliche Papier zur pränatalen Präservation. Das hängen wir einfach mal mit einem Tipp Nummer 16 an. Dass euch extra Einwohner liefert, kostet immer 224.000. Immer. Außer ihr habt natürlich Item-Zielen-Kaufpreis senken, was wir ja zum Beispiel hatten eben bei der Route, dann kostet das entsprechend weniger. Aber wenn ihr das Buch seht mit 224.000, das so aussieht, ist es immer das päpstliche Papier zur pränatalen Präservation. Und das macht es deutlich entspannter zu blättern, weil ihr einfach auf den Preis guckt. Wenn ihr hier durchscrollt, früher waren es mehr, mittlerweile ist der Item-Pool größer geworden und nicht immer gucken müsst, okay, was ist das, was ist das, was ist das hier, 224.000, da ist es ja das päpstliche Papier. Dann gibt es eine wunderschöne Möglichkeit, über Items extra Gold mitzunehmen. Da haben wir zum Beispiel Steven McLeod, den Landvermesser, den könnt ihr ganz normal in Lehmgummen, Salpeterwerke, Quarzgummen, Zementen, Lehmschiffe rein einsetzen oder auch Jörg von Meiching auch das auch rum. Das heißt, ihr kriegt über die normale Produktion einfach extra Gold mit. Ihr habt sogar noch, nein, der wird anders geschrieben, Käpt'n Mobi, den alten Seebär, der gibt euch sogar Goldbarren bei Fischereien und Perlenfarmen. Wie ihr die Items findet, ist relativ easy. Ich zeige es jetzt nicht bei jedem, weil es einfach zu viel wird. Ihr gebt hier oben einfach den Namen ein. Zum Beispiel geben wir jetzt hier, ne, wie eben Mobi ein und dann klickt ihr hier auf Itemherkunft und hier sind alle Sachen, wo ihr die herkriegen könnt. Von Aufgaben, von Besucherhilfen, von Forschungsinstituten. Deshalb, ich will das jetzt nicht immer zeigen, weil es einfach so ein bisschen, ja, sonst wird das Video einfach noch viel, viel länger. Als nächstes, wir haben es im Stream die falschen Freunde genannt, sind Items, die Produktion steigt an und die erstmal gut aussehen, die es aber nicht zwangsläufig sind. Und zwar haben wir da, haben wir da rausgeschrieben, ihn hier. Alexander Hancock, Vater der Kartoffel. Der bringt euch 80% Produktivität, das klingt ja erstmal super und plus 35% Modul. Das klingt ja erstmal nicht schlecht, plus 80% gegen plus 35, alles schön, alles gut. Das Ding ist aber, in Anno rechnet man theoretisch oder sollte man, so zu betrachten, da der Platz limitiert, ist die Produktivität pro Feld. Und das Problem ist, wenn ihr mehr Items sockelt, die die Produktivität weiter steigen, dann kommen wir irgendwann an den Punkt, dass diese extra Module, weil in Anno 1800 sich die Boni addieren und multiplizieren, da kommen wir auch gleich noch kurz drauf, dass diese extra Module euch am Ende wieder in den Hintern weißen. Das heißt, ihr habt dann am Ende eine geringere Produktivität Produktivität pro Feld. Viel, viel lohnender sind Items, die die Felderzahl senken, wie zum Beispiel die Baumpflegerin, denn dann kriegt ihr eine viel, viel höhere Produktivität pro Feld. Das lohnt sich einfach immer. Als nächstes, ganz kurz, wie ihr euer Ölproblem so ein bisschen lösen könnt. Und zwar, den habe ich eben schon gezeigt, Diok von Merching, Aurum, der liefert euch, wenn er in Mien gesockelt ist, für jeden Arbeitsschritt Öl. Das heißt, für ein Eisen, ein Öl, für ein Kohle, ein Öl. Und da Minen erstens schnell arbeiten und wir zweitens eh alle Minen besetzen, können wir Jörg von Merching super nutzen, um einfach Öl extra zu bringen. Er bringt übrigens auch 70% Produktivität, was man doch durchaus gerne mal mitnehmen kann. Also das ist wirklich ein unfassbar starkes Item, was ich euch auch nur empfehlen kann. Das letzte Item, beziehungsweise die letzte Item-Kombination beziehungsweise Kombination-Item-Gebäude beschäftigt sich mit der Arktis. Und zwar sind wir in der Arktis in der Lage, unsere Bewohner ohne Wärmeversorgung zu versorgen. Das heißt, wenn ihr die Arktis normalerweise spielt, müsst ihr überall diese Heizöfen bauen, überall muss Wärme sein, sonst kriegen die die arktische Grippe. Wir haben aber die Möglichkeit mit der Aspirin-Maschine, die ihr einfach craften könnt für wenig Schrott und in Verbindung mit drei bis vier Polarwächtern, drei reichen normalerweise, ich baue aber vier, die komplette Insel, außer die Polarwächter, die halt Hitze, Wärme brauchen, ohne Wärme zu lassen. Denn sobald hier eine arktische Grippe ausbricht, sind die Polarwächter so schnell da und lösen das Problem beziehungsweise bekämpfen die arktische Grippe, dass sie sich gar nicht großartig ausbreiten kann und dementsprechend auch eure Bewohner nicht komplett ausziehen und die Häuser nicht verfallen und tatsächlich bleiben die Bewohner zahlen damit sehr, sehr stabil. Das heißt, das ist so ein cooler Weg, wie ihr auch natürlich dann den Kohleverbrauch auf der anderen Seite senken könnt. Ich habe auch zur Arktis schon ein Video gemacht, auch das findet die auf meinem Channel und als nächstes beschäftigen wir uns jetzt mal mit einer etwas fortgeschritteneren Game-Mechanik, die die meisten auf meinem Kanal eigentlich kennen könnten schon, aber ich, ja, das Video soll sich an alle richten, vielleicht Leute, die sich auch jetzt tatsächlich nochmal eine Arno gekauft haben und deshalb gehe ich nochmal ganz kurz auf einen. Und zwar ist diese Mechanik Clipping. Das heißt, wir haben eine Handelskammer und noch eine Handelskammer, die wir auf eine Linie stellen. Das Ganze funktioniert übrigens auch schräg, dann sieht das Ganze so schräg aus. Und genau in diesem Schnittpunkt hier in der Mitte können wir jetzt ein Gebäude platzieren, das eine gerade Anzahl an Kanten hat, also 6x6 zum Beispiel. Und das wird dann von beiden Handelskammern getroffen. Hat natürlich den Vorteil, dass wir in einem Gebäude zwei Items socken, also zwei voller Handelskammern an Items socken können. Und dementsprechend natürlich die Produktivität noch viel mehr pushen können. Das Ganze führt dazu, dass Zusatzwaren beziehungsweise ganz explizit zum Beispiel auch beim Ministerium für Arbeit auf dem Palast gehe ich gleich nochmal ein. Ich schneide das nur ganz kurz an. Diese qualifizierten Arbeitskräfte sehr, sehr praktisch sind. Grundsätzlich aber alle Items, die Zusatzwaren bringen, denn wenn ihr zum Beispiel bei jedem achten Arbeitsschritt Taschen ohne Fotografen kriegt und das Ganze zweimal kriegt, kriegt ihr das schon bei jedem vierten Arbeitsschritt. Man sieht schon, das ist ziemlich nice. Und das führt dazu, wie gesagt, dass Zusatzwaren sehr, sehr stark sind und das führt zu Tipp 23, ich zähle leider nicht immer mit, dass Hochradwerkheilen unfassbar stark sind in Verbindung mit der Speicherstadt. Ohne die Speicherstadt sind sie das nicht, denn Hochräder braucht man theoretisch ja eigentlich überhaupt nicht, aber in Verbindung mit der Speicherstadt sind sie sehr, 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 sehr stark. Und ich zeige einmal ganz kurz warum. Wir haben zum einen natürlich Dario, den Maschinenbauer, den hatten wir eben schon, wir brauchen statt Stahleisen, alles gut. Wir kriegen durch das Clipping, gerade, es funktioniert auch ohne, aber mit Clipping ist das besonders stark, bei jedem vierten Arbeitsschritt einmal Taschen und einmal Fotografen. Wir kriegen dank Bruno Ironbride, dem Ingenieurstitan, bei jedem dritten Arbeitsschritt Dampfmaschinen und schwere Geschütze, geklippt bei zwei von drei. Und wir können mit dem Cutting Edge die Produktivität jeweils um 40 erhöhen und um 50 die Arbeitskräfte senken. Zweimal macht 100 macht keine Arbeitskräfte. Super praktisch, keine Arbeitskräfte sind einfach nice. Und diese Zusatzwaren, gerade die schweren Geschütze und die Dampfmaschinen, sind sehr, sehr viel wert in der Speicherstattung. Und das führt dazu, dass geklippte Hochradwerkheilen sehr, 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 sehr stark sind. Habe ich auch schon ein Video dazu gemacht, wo ich das Ganze detaillierter erkläre, findet ihr auch auf meinem Channel, wenn euch das interessiert. Und das Ganze führt uns eigentlich direkt zu Tipp 24, und zwar ist das die Differenzierung zwischen additiven und multiplikativen Boni. Habe ich auch schon grundsätzlich ein Video dazu gemacht, aber ganz stumpf und einfach erklärt. Die Hochradwerkhalle produziert, gut, hier war jetzt gerade ein kleines bisschen Schottern, mit 550%. Nehme ich den Ironbrite raus, der 50% Produktivität extra bringt, droppt die 50% Produktivität auf 500%. Das heißt, die 50% werden einfach drauf addiert. Das Schöne an diesen Zusatzwaren ist aber, dass sie die komplette Produktion mal X nehmen, also bei einem von 3 mal ein Drittel. Gerade dann interessant, wenn man zum Beispiel hier über die Schwerindustrie, man sagt, man produziert Dampfwagen und holt sich bei jedem dritten Arbeitsschritt extra Dampfwagen, dann kriegt man auf diese komplette Produktion die 33%, produziert eure Produktivität und Produktion mit 100%, 133, produziert sie mit 200%, 266. Das heißt, diese Boni sind halt besonders stark, die extra Waren, weil sie einfach multiplikativ wirken. Und wenn ihr das Ganze jetzt in eurer Speicherstatt nutzen wollt und ihr fragt euch, okay, ich habe jetzt meine Speicherstatt hier stehen, ich habe hier irgendwie Export-Import-Verträge, wie viel muss ich denn eigentlich importieren? Zum Beispiel, wie viele Maßanzüge brauche ich, um meine Gelehrten zu versorgen? Das ist relativ simpel, wie ihr das berechnen könnt. Ihr geht einmal in Produktion Konsumgüter und guckt einfach einmal, wie viel verbrauchen die? 73 Tonnen. Okay. Als nächstes geht ihr auf Lager, also am besten, ich würde es so machen, ihr nehmt das hier und rechnet das einfach ganz stumpf erstmal bei 25. So viel importiert ihr erstmal. Dann lasst ihr das ein bisschen laufen, geht auf Lager, klickt hier Captain Morris an und dann seht ihr hier, wann Captain Morris da war. Vor 7 Minuten, vor 35, vor 68. Und wir sehen, die Unterschiede, die Abstände sind immer für 28 Minuten. Alle 28 Minuten legt Captain Morris an, lädt aus, fährt wieder weg. Das heißt, wir wissen, okay, wir müssen für 28 planen. Das heißt, wir gehen hier nochmal auf Produktion, Maßanzüge, nehmen das Ganze mal 29 würde ich machen, habt ihr ein bisschen Puffer und so könnt ihr das einfach mit allen Waren machen und das tragt ihr dann einfach in die Speicherstadt ein. Dann im Zuge der Speicherstadt, ich gehe einmal nach Crown Falls, da sieht man das Ganze ein bisschen besser, kamen auch Verladekais. Verladekais pushen die Verladegeschwindigkeit. Es gibt auch Items, die die Verladegeschwindigkeit pushen, zum Beispiel die Angriffsmarktmeisterin, den Namen spreche ich jetzt nicht aus. Und grundsätzlich erstmal, wie berechnet sich das Ganze? Ihr habt hier plus 50% bei so einem Verladekai, muss ich mal gucken, ob ich es einfinde, ja hier, und dieses Item bringt plus 30. Das Ganze bezieht sich auf die Basisverladegeschwindigkeit. Zum Beispiel so eine ausgebaute, fortschrittliche Anlegestelle hat 4, ist jetzt plus 30%, deshalb 4. So eine normale Anlegestelle von der Speicherstadt hat 3 und so eine ganz stinknormale hat 2. Und da bezieht sich das Ganze drauf. Und diese Verladekais wirken auf alle Anlegestellen an dem Strand, an dem auch die Verladekais stehen. Das heißt, alle Verladekais, die wir hier stehen haben, pushen diese ganzen Anlegestellen. Hier haben wir dann zum Beispiel 29,4. Hier kommen noch ein paar Items dazu, wodurch das noch schneller wird, aber grundsätzlich ohne die Items sind wir hier bei 25,5. Hier hinten, die haben nur 5,2. Der Kontor hat nur 5. Liegt daran, dass die am falschen Strand stehen. Das ist auch nicht optimal. Deshalb stellt möglichst alle eure Anlegestellen an den gleichen Strand wie eure Verladekais. Das pusht eure Verladegeschwindigkeit und sorgt dafür, dass die Schiffe hier nicht so lange liegen. Die Items der Schiffe werden, soweit ich das weiß, der Bonus der Verladegeschwindigkeit wird am Ende auf den Wert der Anlegestelle an sich gerechnet. Wichtig ist aber auch, die Schiffe liegen immer mindestens 5 Sekunden im Hafen. Das heißt, selbst wenn ihr die ganz großen Schiffe mit 400 Tonnen habt, könnt ihr nicht mehr als theoretisch 80 Tonnen verladen pro Sekunde. Also darüber würde sich eh nicht lohnen, auch wenn man da so gut wie gar nicht hinkommt. Gerade so, wenn man es wirklich stretcht. Deshalb die liegen eben mindestens 5 Sekunden am Hafen. Als Tipp Nummer 27 zeige ich euch, wie ihr euer Kraftwerk nicht an dieser normalen Lücke da anschließen könnt, wo das durchläuft, sondern an der Ecke. Also beziehungsweise versetzt. Hat den Vorteil für euch, der Grund dahinter ist eigentlich, warum mache ich sowas überhaupt? Wenn mein Kraftwerk jetzt hier steht, hier läuft die Schiene durch, ich kann die jetzt auch nicht mehr verschieben, und mein Kraftwerk steht vielleicht hier, weil hier kein Platz ist, dann, jetzt funktioniert es hier schon, dann führt hier die Straße nicht richtig durch. Ja, dann führt die Schiene da nicht richtig durch. Ihr habt jetzt aber die Möglichkeit, mit dieser grundsätzlichen Schienen Straßen Mechanik, zum Teil könnt ihr das auch einfach direkt verschieben, wenn das nicht klappt, zeige ich euch jetzt den Trick, wie das Ganze funktioniert, dass die Schiene nicht direkt durch das Gebäude führt. Und zwar nehmt ihr ein Kraftwerk, ihr zieht die Schiene, das ist die Straße, zieht die Schiene, zwei Stück nach vorne, Straße drüber, reißt die Schiene ab, jetzt eine Straße davor, gleich verschwindet die Schiene. Ihr reißt die Straße ab, schiebt das Kraftwerk ein, rüber und jetzt könnt ihr vom Kraftwerk, ne, zum Kraftwerk hin, so rum, nicht vom Kraftwerk weg, die Schiene führen. Und wenn wir das Ganze jetzt mal anschließen, dann sehen wir, das Zeichen, dass das Ding nicht angeschlossen ist, ist weg, die Bahn kann da jetzt hinfahren. Ein weiterer Trick, der jetzt ein bisschen mehr fortgeschritten ist, deshalb kommt er jetzt erst, den zeige ich auch gar nicht groß. Wenn ihr die Touristen habt, könnt ihr sie bauen, um damit Geld zu generieren. Touristen sind grundsätzlich nicht sonderlich, also ja, es passen viele Leute rein, aber es sind nicht, ja, für viele Einwohner ist es nicht die beste Strategie, sondern tatsächlich einfach ganz normale Hochhäuser, aber Touristen bringen viel Geld, die bringen wirklich, wirklich Kohle, wenn ihr die versorgt. Deshalb auch da nochmal ein kleiner Geld-Trick zwischendrin, wenn ihr das Geld braucht, baut. Touristen. Als Tipp 28 haben wir nur einen ganz kurzen Tipp zur N-Besa-Quest, generell ich, die N-Besa-Quest läuft zwar hier gerade nicht mehr, aber ihr müsst während der N-Besa-Quest verschiedene Waren liefern und es kann passieren, wenn ihr diese Waren importiert, dass ihr in der N-Besa-Quest stecken bleibt. Deshalb tut euch selbst den Gefallen, alles was ihr in der N-Besa-Quest liefert, müsst zum Beispiel für das Fest an Kaiser-Kil-Thema produziert das selber, weil zum Teil werden die nachfolgenden Quests darüber getriggert, dass ihr das Produktionsgebäude baut und nicht darüber, dass ihr in irgendeiner Form Waren liefert. Das ist ein bisschen ja, nervig gelöst, aber ihr tut euch einen Riesengefallen, wenn ihr diese Sachen einfach selber produziert. Und wo wir schon bei N-Besa sind, kommen wir gleich mal mit Tipp 30 zu dem, was an dem Landelöwen dranhängt, nämlich das Forschungsinstitut. Das Forschungsinstitut ist ja eins der stärksten Gebäude in anno 1800, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo es in meinem Spielstand hier steht, das ist nur eine normale Universität, ist aber auch vollkommen egal tatsächlich, denn es geht jetzt grundsätzlich um die Strategie, wie man forscht, beziehungsweise was man zuerst forscht. Logischerweise hat man am Anfang nicht 11 Millionen Forschungspunkte, aber das ist vollkommen egal. Ich würde euch empfehlen, am Anfang wirklich erstmal nur Häuser zu erforschen. Baut wirklich erstmal viele Gelehrte. Wenn ihr das genauer wissen wollt, ich habe auch schon zu Gelehrten, wie man einfach schnell eine Insel hochzieht, Video gemacht, forscht zuerst mal die Genehmigung zur Erweiterung des Campus, versorgt immer wieder die Gelehrten, dass die Häuser am Anfang voll werden, weil sonst habt ihr nicht genug Forschungspunkte für die nächste Genehmigung. Und dann baut wirklich erstmal eine komplette Insel mit Gelehrten oder zumindest mindestens 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 zwei von so Rathauskreisen und ab da könnt ihr Items forschen. Ich würde euch empfehlen, auch größtenteils wirklich nur Items zu erforschen und sowas wie Forschungskoffer, Lebendvorkommen verschieben, Ölquellen verschieben, Erzart, Termine verschieben und Fruchtbarkeiten anpassen, kriegt ihr immer nebenbei. Das heißt, erforscht erstmal eure Items und es kann sein, wenn ihr ein Item erforscht, dass ihr sozusagen als Zusatzverdienst alles kriegt, was hier bei den bahnbrechenden Entdeckungen dabei ist. Zum Beispiel Kaffeeproduktion Alte Welt, Rumproduktion Alten Welt und Bomberproduktion in der Alten Welt habe ich nicht einmal selber geforscht. Ihr seht hier unten, es kostet immer noch 5000 und wir haben hier schon jeweils eigene Bestände. Wenn ihr dann natürlich große Mangrate Eastlands bauen wollt oder so, dann müsst ihr es natürlich aktiv forschen, aber holt euch ruhig erstmal die Items, nehmt die gratis Sachen mit, die anfallen und dann ist auch gut. Und jetzt kommen wir mal zu dem Thema Einstellungen. Das heißt, was könnt ihr im Spiel einstellen, um es euch vielleicht ein bisschen angenehmer zu machen. Und da starten wir dann rein mit Tipp 31. Ihr könnt im Spielablauf nicht in der Grafik, deshalb, ich bin da gerade auch außerordentlich gegangen, die entsprechende, ja, den Kameraabstand erhöhen. Ja, wir haben es auf die andere Seite geschoben. Hier hinten ist Kameraabstand erhöhen. Aktiviert einen größeren Kamerasoom mit höherer Sichtweiten im Spiel, dies kann dir einen Einfluss auf die Leistung des Spiels haben. Dann könnt ihr weiter rauszoomen. Ja, kann ich jetzt nicht zeigen, weil ich dann neu starten muss, aber ihr kommt dann wirklich deutlich weiter raus mit der Kamera. Aber es schlägt natürlich auf die Leistung. Als nächstes, wir gehen einfach hier mal so ein paar Sachen durch, die sehr, sehr hilfreich sind. Tipp Nummer 32, beziehungsweise, ja, doch, Tipp Nummer 32 ist, ihr könnt automatisch alle Besucher empfangen. Hier unten, alle Besucher empfangen, einen. Habe ich auch immer mit drin, alles, was so in irgendeiner Form an Besucherhilfen antanzt, wird einfach angenommen. Ansonsten seid ihr die ganze Zeit nur am Angenehmen klicken und das ist einfach, ja, einfach sehr, sehr ätzend. Ihr könnt auch bei den Einstellungen, vorhin wir haben ja die Zeitung angesprochen, bei der Zeitung hier unten die automatische Veröffentlichung anmachen. Das heißt, ihr veröffentlicht wirklich immer genau die gleiche Zeitung. Das sind übrigens die drei zur Reduktion hier der Bedürfnisse, sehr, sehr praktisch. Würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr eh immer die gleiche nehmt, dann ist das Ganze nicht so unfassbar nervig. Und als, ja, weiteren Tipp, wenn ihr Probleme mit der Leistung habt, ähm, gerade wenn euer Prozessor vielleicht eher in die Knie geht als die Grafikkarte, dann habe ich so das Gefühl, dass das da ein bisschen mehr drauf schlägt. Stellt den Wuselfaktor auf niedrig. Wuselfaktor beschreibt, wie viele Leute in eurer Stadt rumrennen, wie viele Traktoren auf euren Feldern fahren und der ganze Spaß. Macht das auf niedrig, im Zweifel macht die Sichtdistanz noch ein bisschen runter. Das hilft meistens extrem dabei, euren Rechner zu entlasten und dass die Performance vom Spiel einfach besser wird. Mit Tipp 35 gehen wir jetzt dazu über, dass wir einige uns, ja, sinnvolle Tastenkombinationen angucken. Wir haben zum einen J. J schaltet Ruinen durch. Das hat für euch natürlich den Vorteil, dass ihr die Ruinen nicht immer alle einzeln suchen müsst, sondern ihr da hinspringt. Mit U lasst ihr die übrigens direkt aufschalten, also baut die wieder auf. Ihr habt die Möglichkeit, und das zeige ich jetzt mal an dem Beispiel des Aufbauens, aber das ist grundsätzlich so, wenn ihr Shift gedrückt haltet, wählt ihr alle Gebäude eines Typs aus. In dem Fall die Entdeckerbehausung. Und wenn ich jetzt U drücke, wertet ihr alle diese ausgewählten auch auf. U ist für Upgrade, also Auswählen. Aber, wichtig, mit Shift wählt ihr die Gebäude aus. So könnt ihr übrigens auch checken zum Beispiel, okay, wie viele Entdeckerhäuser habe ich, wie viele Technikerhäuser habe ich. Das Ganze funktioniert leider nicht mit Produktionsgebäuden, sondern nur mit Bewohnergebäuden und ist gerade auch so mit Investoren sehr, sehr praktisch, weil sich die Hochhäuser sehr ähnlich sehen. Das heißt, ich klicke eine Stufe 4 Wolkenkratzer an, drücke Shift und ich sehe alle Stufe 4 Wolkenkratzer auf der Insel. Super, super praktisch. Tipp 37, ihr könnt mit Steuerung Shift und R in die First-Person-Perspektive wechseln. Finde ich persönlich einfach ein ganz lustiges Gimmick. So, es gibt auch Easter Eggs, es gibt viele kleine Sidequests in der First-Person. Wenn ihr die macht, dürft ihr die First-Person nicht verlassen. Wenn ihr die verlasst, ist es direkt wieder vorbei. Also bleibt in der First-Person. Ihr könnt euren Ziffernblock, Nummer 38, nutzen, um die Welten zu durchwechseln. Die 1 ist die alte Welt, 2 ist die neue Welt, 3 ist das Kapitoloni, 4 die Arktis und 5 ist N-Besa. Als nächstes beschäftigen wir uns ganz kurz, ich schneide es immer nur an, dazu gibt es auch einzelne Videos mit dem Thema Baumaterialien. Ich empfehle auch immer, Baumaterialrouten einzurichten. Das heißt, wir nehmen eine Insel, wo wir das Baumaterial herstellen, zu der kommen wir gleich, laden da alles ein und schiffen das zu sämtlichen anderen Inseln, bei denen wir das mal brauchen werden. Warum machen wir das so? Es dauert jetzt natürlich ewig, bis die 10. Insel hier voll ist, aber während ihr in einer anderen Welt spielt, werden die ganzen Inseln mit Baumaterial eingefüllt. Das heißt, eure Produktion bleibt nicht stehen, sondern ihr füllt immer weiter euer Lager. Und das ist einfach super, super praktisch, weil ihr dann irgendwann, wenn ihr mal hier unten auf Insel 9 bauen müsst, wo ich jetzt ja gerade bei bin, habe ich immer volles Baumaterial. Irgendwann sind die Inseln natürlich alle voll und wenn ihr dann an einer Insel baut, wird auch da direkt natürlich aufgefüllt. Die Schiffe müssen zwar einen weiteren Weg nehmen, aber das ist eigentlich egal. Wie produzieren wir das ganze Baumaterial? Ich empfehle euch, eine Produktionsinsel dafür zu bauen und wenn ihr die Speicherstadt habt, die Rohmaterialien einzukaufen, dann könnt ihr einfach mehr produzieren. Und dann bauen wir einfach auf einer Insel so viel Baumaterial, wie wir nur irgendwie können und am besten macht ihr das Ganze kindersicher. Ich schneide das nur ganz kurz an, das ist, beziehungsweise die Kindersicherung kommt gleich noch. Da erzähle ich das dann, wie das funktioniert und von da können wir dann alles wegschiffen. Dazu habe ich auch ein sehr detailliertes Video gemacht. Checkt das gerne mal auf meinem Kanal. Das ist tatsächlich das Video mit den meisten Klicks zur Rohstoffinsel. Tipp Nummer 41 ist sehr, sehr banal, aber nutzt die Produktionsübersicht und die Itemübersicht. Ich habe es vorhin schon mal gezeigt, aber ihr habt damit sehr coole Möglichkeiten, alles Mögliche zu überwachen. Und zwar können wir hier zum Beispiel Produktion, das findet ihr hier oben einfach. Ich klicke mal einfach auf die Bilanz und dann können wir hier auf Produktion. Das Ganze gibt es auch für Finanzen und den ganzen Kram an Produktion und Items sind eigentlich am wichtigsten. Und dann könnt ihr hier auswählen Konsumgüter zum Beispiel und dann sehen wir hier, okay, wie viel Kaffee wird verbraucht, wie viele Hochräder werden produziert. Und wenn ihr jetzt in der alten Welt, in der neuen Welt zum Beispiel Bananen, Kaffee, was auch immer produziert, zum Beispiel Schokolade, obwohl ich produziere auch nicht mal Schokolade, ich produziere eigentlich davon fast gar nichts. Aber nur mal angenommen, ihr produziert jetzt irgendwie Hochräder und wollt gucken, wie viele Hochräder noch zusammen, also ob eure Hochräder reichen für Crown Falls und die Investoreninseln in der anderen Welt. Dann könnt ihr mit Steuerung die einfach anklicken und dann wird das alles addiert. Und das ist natürlich super, weil ihr dann eine Produktionsinsel direkt mit einer verbrauchenden Insel zum Beispiel vergleichen könnt. Das Ganze übrigens mit Shift könnt ihr auch einfach noch mehr auswählen oder auch theoretisch alle, aber ja. Bei Items ist es das gleiche Prinzip. Ihr könnt hier auswählen, ob ihr auch unbekannte Items haben wollt. Wenn ihr das nicht macht, könnt ihr, seht ihr auf Crown Falls zum Beispiel alle Items. Wenn ihr ausgerüstet rausnehmt, seht ihr alle Items, die in eurem Lager sind. Also alle Items, die nicht in einer Handelskammer, in einem Rathaus oder auch in einer Hafenmeisterrei stecken. Wenn ihr nur ausgerüstet nehmt, seht ihr logischerweise alle Items, die ausgerüstet wurden. Identifiziert sind alle Items, die ihr in irgendeiner Form am Forschungsinstitut gefunden habt. Lasst es einfach abgekreuzt, ist vollkommen egal. Und unbekannt sind halt einfach dann alle so. Ihr könnt auch hier wieder ordnen, ihr könnt hier suchen, ihr könnt auch Effekte suchen. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr gucken wollt, welches Ding, welches Alter bringt mir extra Gold, gebt ihr Gold ein. Gibt es natürlich keins in den Rathäusern, aber in den Handelskammern zum Beispiel. Und so könnt ihr das halt einfach nutzen. Jetzt gehen wir ganz kurz auf die Kindersicherung ein mit Tipp 42, die ich vorhin schon angesprochen habe. Und zwar ist es so, dass in Anno 1800, um das Ganze nur kurz zu halten, die Zwischenfälle, also Feuer, Aufstände und Krankheiten, mit den Einwohnern zusammenhängen, die ihr da draufstehen habt. Folglich, hat keine Insel ohne Bewohner auch keine Katastrophen. Wichtig, wenn zwei Inseln mit einem Pendlerkai verbunden sind, zählen sie als eine Insel in diesem Fall. Das heißt, dieses Katastrophenrisiko wird dann auch übertragen. Ihr könnt aber, wenn ihr genug Einfluss investiert habt in Expansionen, das heißt, wenn ihr genug Inseln besiedelt habt oder auch Inselanteile gekauft habt oder Pendleranlegestellen gebaut haben, das zählt ja alles mit rein, kriegt ihr 200 Gratis Arbeitskraft pro Insel. Und wenn ihr das Ganze auf null Arbeitskraft senkt, zum Beispiel mit den Items, die ich euch am Anfang gezeigt habe, oder auch mit spezifischen Items zur jeweiligen Produktion, zum Beispiel bei der Insel, wie gesagt, habe ich ein Video dazu gemacht, da zeige ich das alles ganz genau. Ich habe auch noch eine, ja, schönere davon eigentlich. Die finde ich ein bisschen schöner. Gleiches Prinzip. Ihr seht hier, wir haben keinen Pendlerkai. Ich habe hier nicht einen Bewohner drauf und ich habe hier kein Zwischenfallsrisiko. Irgendwas stimmt hier aber gerade nicht im Import. Die Insel ist scheinbar irgendwann in die Wand gefahren, muss ich mir mal angucken. Und so baut hier eine Insel kindersicher. Das Schöne ist, wenn ihr das macht, ihr könnt hier oben draufklicken und ihr könnt sämtliche Produktivitäten erhöhen. Denn normalerweise ist die Erhöhung dieser Arbeitspensums, ist das der Plural, sorgt dafür, dass ihr Aufstände habt. Aber da ihr keine Katastrophen haben könnt, keine Aufstände. 50% Produktion extra. Super. Was auch noch zur Produktion ist, wir kommen da noch mal gerade ein bisschen zurück. Wenn ihr das DLC habt und die Möglichkeit, nutzt Traktoren und auch Silos. Aber gerade Traktoren sind unfassbar stark. Ihr kriegt 200% Produktivität, ihr halbiert die Arbeitskräfte. Ja, ihr benötigt 50% mehr Module, aber ihr kriegt auch bei jedem dritten Arbeitsschritt extra Zuckerrohr. Und ab da lohnt sich das Ganze. Ihr kriegt extra Waren, ihr kriegt unfassbar viel Produktivität mehr und da sind die plus 50% Module dann tatsächlich in dem Fall nicht so schlimm. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzt Traktoren, nutzt Silos, sie lohnen sich einfach extrem. Silos funktionieren vom Prinzip her ähnlich. Und dass ihr keine extra Module braucht, dafür wird die Produktivität ein bisschen weniger gesteigert. Aber das Prinzip ist wirklich das Gleiche. Am Anfang würde ich euch auch empfehlen, solange ihr diese, und das ist jetzt Tipp 44, solange ihr diese 200 Arbeitskräfte noch nicht habt, gratis, nutzt auf Produktionsinseln erstmal ein Pendlerkai. Konzentriert euch auf eine Insel, baut da eure Bewohner und wenn ihr die Produktion auslagern wollt, macht das Ganze erstmal mit dem Pendlerkai. Der Pendlerkai, falls ihr nicht wisst, was der macht, schafft im Prinzip ganz stumpf ab den Arbeitern, mein, ah ne, oh ne, tatsächlich, kommt auch ab den Ingenieuren, von der einen Insel zur anderen Arbeitskraft. Verbindet sie also quasi. Wichtig, er kostet Einfluss und er kostet auch 1000 Unterhaltskosten. Also er ist nicht günstig, bedenkt das bitte und klatscht nicht einfach sinnlos auf alle Inseln in den Pendlerkai, sondern wirklich auf die, wo ihr das Ganze benötigt. Tipp 45 ist, dass ihr den Palast möglichst zügig ausbaut. Baut so viel es geht erstmal an Modulen, ihr braucht jetzt nicht 162, aber baut genug und nutzt den Palast. Nutzt auf jeder Insel, auf der es geht, das Regionalministerium und baut auf euer Crown Falls den Palast. Die Ministerien sind unfassbar stark, helfen euch sehr, sehr weiter im Spiel und sind einfach ein Riesen-Push und deshalb nutzt das, wenn ihr genaue Fragen dazu habt, schaut euch mein Video an dazu. Nächster Punkt, pusht die Attraktivität. Ihr braucht sehr, sehr viel Attraktivität für den Palast. Was ihr dafür machen könnt, ist, wenn ihr Kitt-Thema habt, kauft einfach bei ihm hier die lilanen, hier sehen wir es jetzt gerade nicht, diese lilanen Museumssachen ein, geht auf Crown Falls nehmt entsprechend das Ministerium für Kultur, das Kulturerbe und dann könnt ihr so viele Museen bauen, wie ihr wollt, ohne Einfluss und könnt damit die Attraktivität auf über 33.000 pushen, was das Ziel ist und nehmt bei dem Ministerium für Verwaltung die Rathausreform und so kriegt ihr halt einfach unfassbar viel Attraktivität. Wir starten rein in die letzten vier Tipps und haben als Nummer 47, wenn ihr in der Arktis Schrott fahren wollt, dann ist der Schrott immer hinter diesem Nebel und deshalb ist es durchaus sinnvoll, ich habe das jetzt hier nur mal im Kleinen gezeigt, jede Menge Luftschiffe über der Arktis, also über diesem Gletscher zu platzieren, um damit das aufzudecken. Ich hatte das mal komplett hier voll, wichtig, was ihr wissen müsst, wenn ihr den kompletten Gletscher damit füllen wollt, braucht ihr ca. 80 bis 100, vielleicht auch 120 Luftschiffe, je nachdem, wie eng und breit ihr die stellt, wenn ihr wisst, an manchen Stellen spawnen auch keine, könnt ihr die auch theoretisch freilassen und das wird sich auf die Spielgeschwindigkeit auswirken. Das heißt, wenn ihr irgendwann mit Farben durch seid, würde ich euch empfehlen, die ganzen Schiffe zu löschen. Was ihr dann macht, ihr nehmt euch ein weiteres Luftschiff und ihr könnt mit Shift und dann könnt ihr mit Rechtsklick Wegpunkte setzen. Das heißt, wenn ihr dann irgendwann seht, okay, hier ist Schrott, da ist Schrott, da ist Schrott, da ist Schrott, da ist Schrott, ihr habt die ja alle aufgedeckt, dann seid ihr auch in der Lage, einfach das komplett abzufahren, ihr wisst auch irgendwann, wo die Sachen sind und dann fahrt ihr mal eine Runde mit eurem Luftschiff, macht kurz was anderes, fahrt wieder eine Runde. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, wenn euch das genauer interessiert, ist auch auf meinem Channel. Der nächste Tipp, auch zu Schrott, habe ich euch ja noch versprochen, ich zeige euch, wie ihr für den alten Nate in der normalen Welt oder beziehungsweise im Capsuloni ja eigentlich, an den besonderen Schrott kommt. Und zwar habt ihr theoretisch die Möglichkeit, das zu farmen, aber viel schöner ist es auch, das Ganze einfach zu kaufen. Wir stellen in jedem Kontor im Capsuloni einen Kauf ein, bis ans höchste Limit. Ganz normal, anklicken, einkaufen, fertig ist, könnt ihr mit den anderen Schrott Sachen auch machen, ich würde es aber nur mit dem normalen machen, also mit dem besonderen erstmal, die anderen könnt ihr auch einkaufen, aber das, was ich jetzt zeige, ist erstmal für den besonderen, weil ich habe das Gefühl, wenn erstmal Schrott im Lager ist, verkauft euch Nate keinen mehr. Und deshalb geht ihr dann einfach auf Ground Falls, geht hier hin, erstellt eine Route, ich zeige sie jetzt nur einmal und wir sammeln an allen Inseln, wo wir das einkaufen, den besonderen Schrott ein und laden ihn in Ground Falls ab. So habt ihr dann am Ende auf Ground Falls irgendwann, wenn ihr dann mal craften wollt, mehrere tausend Tonnen von dem Schrott rumfliegen und alles ist easy. Und ihr könnt davon so viel craften, wie ihr wollt. Kommen wir zum vorletzten Tipp. Wenn ihr zu wenig Einfluss, zu wenig Geld oder sonst irgendwas habt, aber schon bei Investoren seid, nehmt euch eine Insel und klatscht dann nur Investoren drauf. Ihr braucht die Investoren nicht mal krass versorgen, ihr braucht die nicht voll versorgen, wie hier, es reicht auch theoretisch, wenn ihr denen nur Brillen, Kaffee, Glühbirnen und Elektrizität gebt und ihr verdient mit denen sauviel Geld und ihr kriegt sauviel Einfluss. Wenn ihr sie nicht voll versorgen könnt oder wollt, würde ich euch davon abraten, erstmal auf Hochhäuser zu gehen, die müsst ihr wirklich dann mit Panoraleffekt austarieren, dann müsst ihr Waren liefern, macht erstmal Investoren, da kriegt ihr mehr als genug Geld. Ihr braucht die Stadt nicht mal wirklich voll planen, was ihr auch einfach ganz stumpf machen könnt ist, ich muss mal kurz gucken, ob ich eine andere Insel habe, alles voll gebaut hier, ihr nehmt einfach, ihr stellt einfach ein paar Rathäuser hier, so wie hier auch, auf die Insel, und nehmt euch dann ein weiteres Rathaus, macht ein bisschen Platz und zieht da einfach Häuser drum. Ich mach das Ganze mal in der Blaupause. Guckt ihr, ob das alles so passt, dann macht ihr die einzeln. Da außen wird nicht mehr passen. So, was ihr jetzt macht, ihr kopiert das Ganze, baut hier so ein Kreislayout, zack, 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 kopiert das, kopiert das auf eure Rathäuser drauf, jetzt hier einzeln, ich mach das jetzt nicht, weil das uns hier einen riesen Chaos gibt auf meiner Insel, ne, kopiert das einfach auf eure Rathäuser drauf. Ihr könnt die öffentlichen Gebäude, ihr seht ja, wir haben ja hier Lücken zwischen den Rathäusern, hier einfach reinstellen erstmal, auch den Strom, und lasst die einfach erstmal zu Investoren aufsteigen, versorgt die mit Kaffee, was auch immer, von mir aus über die Speicher statt, und dann habt ihr genug Geld. Ich hab dazu auch Videos gemacht, einfach mal Investoreninsel auf meinem Channel eingeben, da seht ihr einmal komplett, wie man die plant, aufsteigen lässt, oder auch einfach, wie man erstmal so eine provisorische, ja, Investoreninsel aufbaut. Aber Investoreninseln bringen euch Geld und Einfluss in Hülle und Fülle. Und Tipp Nummer 50, wenn ihr Fragen habt, ich streame jeden Mittwoch, kommt einfach in den Stream, schaut vorbei, stellt eure Fragen, wenn es irgendwas auf YouTube nicht gibt, schreibt in die Kommentare, ob ich ein Video dazu machen kann, in der Regel kann ich das machen, oder auch schon die Frage dazu beantworten, es gibt auch Themen, gerade wenn ihr ins Stream kommt, vielleicht weiß ich das nicht, aber irgendwer anders aus der Community, deshalb schaut vorbei, ich freue mich auf euch, ihr habt die 50 Tipps geschafft, das Video ist jetzt gleich vorbei, bleibt mir nur noch ganz kurz dran, ich danke euch sehr fürs Zuschauen, schön, dass ihr bis zum Ende da geblieben seid, wenn das der Fall ist, denn wir sind jetzt hier schon wirklich ziemlich, ziemlich lange in dem Video, 50 Tipps brauchen ja auch ihre Zeit und ich rede ja immer viel, dann schreibt mir einfach mal Hashtag Endcard Gang in die Kommentare, weil ihr es bis zur Endcard geschafft habt, ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und viel Spaß bei Arno, bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Und dann